Nun komm endlich, bevor meine Eltern von der Fashion Week zurückkommen. Äh, Moment. Warum muss ich durchs Fenster klettern, wenn eh keiner da ist? Hm, nur mal sicher. Und? Machst du auch blau? Krank geschrieben. Uh, ein eindeutiger Fall von Kevin Fieber. Tja, dann muss ich dich wohl gesund pflegen, wenn du so schwach und hilflos ans Bett gefesselt bist. Äh, fangen wir lieber mit dem Q&A an. Dem Couple Q&A. Wo bleibt die erste Frage? Stein, kommt dein Name auch vom Minimalismus deiner Eltern? Nein, mein Dad dachte eher, wenn er einen halbdeutschen Sohn kriegt, wird er auch typisch deutsch. Unumstößlich, hart und stark. Jetzt hat er einen Sohn, der steinhart für seinen Boyfriend wird. Maul. Aber ernsthaft? Unumstößlich, hart und stark? Dein Dad wird mich lieben. Äh, super. Hey Kevin, nach was riecht Stein? Äh, wag es ja nicht. Seid ihr jetzt offiziell zusammen? Falls ja, werdet ihr eine intimere Beziehung fühlen? In-intim? Tja, wer weiß schon, was die Zukunft noch so bringt. Oder Steini? Wir, was? Nein! Wir sind nicht zusammen. Es ist gar nicht so offiziell. Ich sag nur, abonniert und verpasst nicht die nächste Folge in zwei Wochen. Sag mal, Kevin, ist der von Stein steinhart? Oder seid ihr beide manchmal stoned? Das wird steinhart, hab ich vorhin auch gesagt. Ja, oh mein Gott. Timmy ist hinter euch. Hinter uns? Timmy steht direkt vor uns, hinter der Kamera. Was dachtet ihr denn die ganze Zeit, wer die Kommentare vorliest? Hey Kevin, behandle Stein besser. Damn, ich liebe Stein. Oh, Kevin, sieht aus, als hättest du da Konkurrenz. Was? Aber ich behandle Stein doch. Warum ist Kevin zu Lana so flirty? Lana? Was wäre, wenn Lana sich Hals über Kopf in Kevin verliebt hätte, obwohl Kevin ja eigentlich schwul ist? Ist so. Hör auf, meine Freunde zu verführen, du trügerische Sirene. Äh, hä? Hey Stein, hast du eigentlich Kevin eine Antwort auf sein Bild geschickt? Äh, welches Bild? Das, ähm... Ich habe keine Ahnung, wovon diese Person spricht. Los, weiter, meine Eltern sind bald zurück. Apropos Eltern. Wissen eure Eltern, dass ihr schwul oder bisexuell seid? Nein. Nein, Kudorf ist viel zu verklemmt. Und mein Dad mit all seinen Vorstellungen, wie sein Sohn sein sollte? Der... Stark würde mich niemals damit in Ruhe lassen. Ich oute mich, wenn die Zeit reif ist, okay? Am besten nie. Was? Weiter. Wer wäre Uke und wer ist Samme? Äh, was soll das sein? Mann, wer ist top und wer ist bottom? Dinge, die ich von meinem besten Freund nie wissen will. Nächster. Äh, hey, one question. Könnt ihr beide euch mal küssen? Und wenn das nicht geht, dann flirten? Hä? Wie wär's denn mit beidem? Äh... Ich bin dann auch mal weg. Bye, Süßer. Na, wie geht's deinem Fieber? Oh, das sieht... Moment. Was sucht die Kamera da? Das war das Kappe-Q&A. Nächstes Mal gibt es ein Draw My Life mit Leggis Bruder Armi. Ihr bestimmt seine dramatische Backstory unter dem angepinnten Kommentar. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr alle Community-Posts, in denen ihr weiter mitbestimmen könnt. Bis dahin, Timmy and out!